Auto zu langweilig? Nicht schnell genug? Individuell. Anders. Besser. SW-Tuning. Herzlich willkommen bei SW-Tuning. Mein Name ist Sebastian und ich zeige euch heute eine Umrüstmöglichkeit an einem LMC T612 Modell. Momobil. Von Glühbirne auf LED Version. Viele LMC Fahrer haben ein Problem, wenn die Dinger kaputt gehen. Man kriegt sie so gut wie kaum noch her oder man hat ewig lange Lieferzeiten und aus dieser Situation haben wir uns überlegt, was können wir da machen. Ja, sind wir dann auf die Idee gekommen, dass wir das mit LED ausführen. Mit ein paar Zusatzfeatures. Und ja, das möchten wir euch jetzt heute zeigen, wie man das einbaut. Relativ einfach. Ist eigentlich überwiegend Plug and Play. Das einzigste, wo man im Einzelfall schauen muss, sind, das sind hier Kunststoffverblendungen, diese Sachen. Dass man gegebenenfalls hinten diese Öffnungen, wo das Kabel durchkommt, etwas vergrößern muss. Aber es ist nicht bei jedem Fahrzeug sogar der Sachverhalt. Wie gesagt, bei diesem Fahrzeug auf Ducato-Basis haben wir dann auch die Lampen-Check-Control-Geschichte dann gelöst. Also damit kommen da keine Fehlermeldungen. Ja, also lasst euch da jetzt überraschen. Ob euch der Eindruck gefallen hat und die Idee, dann Daumen nach oben. Gerne auch weiter teilen. Wir freuen uns auch über Kommentare. Was man vielleicht verbessern kann an den Dingern. Werden wir dann gegebenenfalls auch machen, wenn es nicht zu aufwendig ist. Ja, in diesem Fall viel Spaß dabei. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.